Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elisabeth, mitten in die Folge, ja. Diabio. Ich bin hier im Wald, neben dir. Weißt du, was auch eine gute Investition wäre? Für 5.000 Euro die Stumpfräse. Unter Forstgeräte direkt das erste. Die F ist ein Powertake. Forstgeräte, äh Radlader. Nein, du gehst auf Forstgeräte und dann direkt das erste. Was passiert da? Dann sind die ganzen Baumstümpfe nicht mehr da, die dich jetzt so aufregen hier. Und wie drehst du das dann hin? Du, ähm, spannst sie an den Traktor an, dann senkst sie dir ab und dann, äh, macht der quasi dann die Baumstümpfe nicht. Darf ich ohne Gewicht fahren? Durchaus. Spann dich hinter den oder ab vor mir? Ich glaube hinten. Nee, ich glaube vorne. Warte mal. Ich bin ja noch... Ich weiß das nicht. Ja, ich glaube lieber vorne. Ich glaube, dass ich mal meine Schaufel, äh, mein Teil auf hier. Sicher ist sicher. Ich bin ja noch... Dann bin ich mal weg. 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 vor allem Boah Lauf, Fowler, Lauf Ja, go, go Ja, ich bin schneller Warte Soll ich dich abholen? Ja, bitte Warte Junge, wie schnell bist du beim... Hallo? Ja, okay Ich wollte dich abholen Ja, dann hol mich ab Ja, dann steig mal stehen Bäm Ah, danke So, da vorne war schon direkt ein Stumpf, du hättest weg machen können Nee, ich mach erst mal hier den Die in ersten Jahren Obwohl ich da schon nicht darf Soll ich dich auch mal damit ablegen? Soll ich dich auch mal damit ablegen? Ja mach mal Warum? Wieso? Ey, warum dreht das denn? Muss ein bisschen zurückfahren noch Weiter Also... Ja, jetzt hast du es erst Jetzt ist weg Ja, follow Mal sehen Mal sehen, ob ich das eine neue Frisur machen kann Mal sehen, ob ich das eine neue Frisur machen kann Warte Hat nicht funktioniert Hab keine neue Frisur bekommen Naja, schade Gute Marmelheit Ja, mir auch Warte Und weg Ey, das geht voll geil damit Hab ich doch gesagt, das ist eine lohnende Investition Endlich mal weg, die scheiß Zeit Guckst du mir jetzt gerade zu, oder was? Ja Geh an der Arbeit, Lümmel Nee, ich hör jetzt drauf Ey, warum? Ich wollt noch ein bisschen Fernseh gucken Kannst du doch nebenbei laufen Schwierig Aber jetzt haben wir aber ein neues Gerät Was? Ja und? Ja und? Du kriegst das doch super alleine hin Aber alleine macht das nicht so viel Spaß Aber alleine macht das nicht so viel Spaß So...